Hallo und herzlich willkommen zu der Charlie Harper Show. Warum Charlie Harper Show? Naja, weil meine Haare heute so aussehen wie die von Charlie Harper. Nein, tun sie nicht. Ha, doch das tun sie, du blöder Wichser. Boah, erstmal ein Sit-Up machen, das war jetzt schon genug Sport für das ganze Restliche hier. Also, mein heutiger Gast ist direkt neben mir. Um Gottes Willen, doch nicht der da, sondern hier, hallo, ich glaub das hätte ich. Ah, ich schmier mir jetzt erstmal einen fetten Popel durch die Haare. Damit bleiben die immer so schön geschmeidig. Ja, was glaubst du denn, warum meine Haare immer so gut aussehen? Naja, kommen wir zur Frage. Also, was ist groß, blau und stinkt und ist hier im Umkreis? Äh, naja, eigentlich du wie jede Nacht? Richtig!